Musik Seit der Modernisierung unserer Schule in den Jahren 2010 bis 2014 verfügen wir über einen großzügigen, mit tartaren belegten Sportplatz, auf dem im Sommer die Leichtathletik stattfindet. Das sind Laufen, Springen, Werfen und Stoßen. Der Sportplatz verfügt auch über einen Fußball-, Basketball- und Volleyballfeld. Zusätzlich nutzen wir das Stadion Lichterfelde für das Lauftraining und die jährlich stattfindenden Bundesjugendspiele. Wem das nicht genug Sport ist, der kann sich in unseren Sport AGs zusätzlich austoben. Angeboten werden unter anderem Fußball, Basketball, Tischtennis und Fitness. Der Sportunterricht an der MVL findet hauptsächlich in unserer modernen, nicht durchfluteten Sporthalle auf dem Schulgelände statt. Zusätzlich nutzen wir die große Sporthalle der benachbarten Goethe-Schule. Aufgrund der guten Ausstattung unserer Sporthalle können wir zahlreiche Sportarten anbieten. Geräte turnen an modernen Geräten, die auch die Turnabteilung von Twisly nutzt. Spiele wie Volleyball, Fußball, Basketball, Badminton und Hockey. Gymnastik und Tanz und Step Aerobic sind möglich. In der 9. Klasse findet unser Sportunterricht in der Finkensteinallee als Schwimmunterricht statt. In der Schwimmhalle Finkensteinallee können die Schüler in 50 Meter Sportbecken ihre Schwimmtechnik vertiefen oder neu erlernen. Im ersten Halbjahr gehen die Jungen und im zweiten Halbjahr die Mädchen zu Schwimmen. Untertitelung des ZDF, 2020